Ein Dreivierteljahr ist vergangen, seitdem Corona die Welt zum Stillstand brachte. Ein Land in Europa verhielt sich anders als alle anderen. Das lockere Schweden stand gegen den Lockdown der restlichen Welt. Während Schweden nach wie vor auf Freiwilligkeit setzt, verpflichteten die französische und die deutsche Regierung ihre Bürger zu einem Lockdown. Viele Vorschriften gelten nach wie vor oder werden wieder eingeführt. Sperrstunden, Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Kontrollen. Doch es regt sich Widerspruch. Sind die Eingriffe verhältnismäßig angesichts der Schäden, die sie erzeugen? Wir müssen also davon ausgehen, dass wir soziale, gesellschaftliche, bildungspolitische, finanzielle Nebeneffekte haben, die sehr groß sein werden. Der Lockdown war die einzige Möglichkeit, das Virus zu stoppen, angesichts seiner explosionsartigen Verbreitung in der gesamten Bevölkerung. Deutschland kann sich eine Prise Schweden erlauben, indem sie mehr auf Eigenverantwortung setzt, auf Gebote statt Verbote. Ich kann keinen Vorteil erkennen. Also wenn wir jetzt ohne, dass die Wirtschaft einen Vorteil gehabt hätte, beispielsweise 40.000 oder 50.000 Tote hätten, wohin läge der Vorteil? Danke an Schweden. Schweden hatte keinen Lockdown. Doch wenn man sich die Sterblichkeit ansieht, stellt man fest, dass die ungefähr so hoch ist wie die in Frankreich. SECOND IN FRO mechanisms SECOND IN FRA staan SECOND IN FRO � SECOND IN FRANCO gestorben. Das ist eine der höchsten Todesraten in Europa. Zu der Trauer um die Toten kommt bei vielen Franzosen eine große Unzufriedenheit mit der Regierung. Und die zeigt sich immer öfter, manchmal ziemlich heftig. Der Nationalfeiertag in Paris. Am Place de la République demonstrieren mehrere tausend Menschen. Es sind Krankenschwestern, Ärzte und Pfleger, die sich in der Krise im Stich gelassen fühlen. Wir werden den Mangel an Material und Personal nicht vergessen. Wir aus den Pflegeberufen wollen stärker gehört werden. Die Regierung muss sich nicht bei mir bedanken. Sie muss einfach mehr Krankenhausbetten bereithalten. Durch die harte Arbeit, die fehlende Ausrüstung, die wenigen Mitarbeiter, waren wir sehr müde. Und dann kam die Covid-Krise. Wir waren vorher schon fertig, aber das hat uns den Rest gegeben. Es brodelte in Frankreich bereits vor Corona. Nun verschärfen sich die Konflikte. In Schweden zeigte sich ein anderes Bild. Die meisten Menschen genossen ihre Freiheit und die im Vergleich zu anderen europäischen Ländern geringen Beschränkungen. Wut und Frust? Fehlanzeige. Dabei hätten viele Schweden einen Grund dafür. Die Corona-Todeszahlen schnellten hoch. Bis Anfang November starben über 5900 Menschen. Gemessen an der Einwohnerzahl ist die Opferrate so hoch wie in Frankreich. Anders Tegnell, der Leiter der Gesundheitsbehörde, ist in Schweden so bekannt wie der Ministerpräsident. Selbst als immer mehr Menschen starben, riet er von einem Lockdown ab. Die Regierung folgte seinen Ratschlägen. Wir stehen zu unserer Linie. Nach sechs Monaten sagen 80, 90 Prozent immer noch, dass sie unserem Rat folgen. Daher wäre es seltsam, die Strategie zu ändern. Viele Schweden blieben auf dem Höhepunkt der Krise zu Hause, verzichteten auf feste und soziale Kontakte, jedoch freiwillig. Schon im Frühjahr stellte sich die Regierung darauf ein, lange mit dem Virus leben zu müssen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Wir versuchen, die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu treffen. Am wichtigsten ist für uns, und das unterscheidet uns von den anderen Ländern, wir brauchen Maßnahmen, die lange anhalten. Wir glauben nicht, dass wir nur für einige Wochen lang Maßnahmen ergreifen können, die dann aufgehoben werden. Schwedens Ministerpräsident bereitete die Bevölkerung im Frühjahr mit klaren Worten auf die nächsten Monate vor. Es besteht ein großes Risiko, dass die Anzahl der Fälle deutlich steigen wird. Und dass es leider mehr Todesopfer geben wird. Auf die Einwohnerzahl gerechnet, starben seit Jahresbeginn knapp fünfmal so viele Menschen wie in Deutschland. Die Mehrheit der Schweden steht dennoch hinter der Regierung. Die Menschen sind nicht so deprimiert. Die wirtschaftliche Krise wird nicht so schlimm. Deswegen fühlen wir uns besser. Der schwedische Weg hat sehr gut funktioniert. Die Kinder durften weiter in die Schule gehen. So konnten alle arbeiten. Wir haben diesen bekannten schwedischen Gesundheitsguru, Anders Tegnell. Ich fand seine Strategie von Anfang an gut. Deutschland wählte den Mittelweg zwischen Frankreich und Schweden. Die Bevölkerung musste sich zwar stark einschränken, jedoch nicht so extrem wie im Nachbarland. Die Kanzlerin appellierte an den Zusammenhalt der Gesellschaft. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. In Umfragen beurteilten zwischen Frühjahr und Herbst mindestens zwei Drittel der Deutschen die Corona-Maßnahmen immer wieder als angemessen. Sie haben sicherlich ein großes Drittel, die wirklich Angst haben und die deswegen für die Maßnahmen sind oder sogar für verschärfte Maßnahmen. Sie haben aber einen Teil, der wahrscheinlich unter vorauseilenden Gehorsam geht, weil eben erzählt wird, dass diese Mehrheit die vernünftige Mehrheit ist. Und wer will schon unvernünftig sein? Weil die Erkenntnis von Adorno und dann politisch übersetzt von Hannah Arendt waren ja eigentlich die, dass wenn man den Menschen nur erzählt, es ist für das Gute, dann sind sie zu fast allem bereit. Das würde ja auch erklären, dass wir sozusagen bei dem Gebrauch der Maske diese symbolische Aufladung haben. Ja, seht her, ich trage die Maske, ich trage sie ganz vorbildlich, ich trage sie sogar auf der Straße, sogar wenn die Straße leer ist. Neben Aufrufen zu Disziplin schien die deutsche Regierung auch auf Angst und Emotionen zu setzen. Zumindest lässt dies ein zunächst internes Papier des Innenministeriums aus dem April vermuten. Dort heißt es, der Worst Case ist mit allen Folgen für die Bevölkerung in Deutschland unmissverständlich zu verdeutlichen. Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Wenn nichts getan werde, prognostizieren die Verfasser ein Worst Case Szenario von über einer Million Toten im Jahre 2020, für Deutschland allein. Man müsse klar machen, dass viele Menschen qualvoll um Luft ringend zu Hause sterben. Kinder würden Eltern anstecken. Das Innenministerium teilt dazu mit, das Papier wurde mit dem Ziel erarbeitet, unterschiedliche Szenarien der Ausbreitung des Coronavirus zum Zeitpunkt der Papiererstellung zu analysieren, unabhängig von der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts. Am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung beschäftigt sich Prof. Gerd Gigerentzer damit, wie Menschen auf Ungewissheiten und Krisen reagieren. Es ist richtig, dass Menschen, die Angst haben, sich besser steuern lassen, solange sie nicht zu viel Angst haben. Und man kann vermuten, dass die Modellrechnungen, die am Anfang kursierten und die viel zu hoch waren, geholfen haben, dass Menschen genügend Angst bekamen, sodass sie die Hygieneregeln befolgt haben. Im Allgemeinen ist es so, dass Angst nicht nur eine ganz menschliche Reaktion ist, um Gefahren zu entgegen, sondern man kann die Angst auch etwas schüren, um nachzuhelfen, wie es möglicherweise dahinter gestanden ist, damit die Menschen sich auch konformer verhalten. In Deutschland gaben im Herbst 37 Prozent der Befragten an, Angst vor einer Corona-Infektion zu haben. In Frankreich waren es knapp 70 Prozent. Die Angst steht kaum im Verhältnis zu den Todeszahlen. Die Opfer anderer Erkrankungen sind in der Öffentlichkeit weniger präsent. Zum Vergleich, in Frankreich sind in diesem Jahr durchschnittlich pro Monat knapp viermal so viele Menschen an Krebs gestorben wie an oder mit Covid-19. In Deutschland waren es monatlich etwa 20 Mal so viele. Furcht entsteht aus der Annahme, die Infektionen könnten sich dramatisch ausbreiten, psychologisch erklärbar als Angst vor Schockrisiken. Ein Schockrisiko ist eine Situation, wo viele Menschen sterben könnten in einer relativ kurzen Zeit. Und das sind Pandemien, das sind aber auch Dinge wie Flugzeugabstürze, die uns Angst machen. Wenn dagegen genauso viel oder mehr Menschen verteilt übers Jahr oder über die Jahre sterben, wie bei Grippe oder bei Keimen im Krankenhaus, dann ist es uns sehr schwer, in uns Angst auszulösen. Sind es die Angst und der Schock, die auch die Parlamentarier beeinflussen? Sodass der Bundestag im März nur eineinhalb Stunden brauchte, um über eine epidemische Lage nationaler Tragweite zu entscheiden? Und dass es zu diesen starken Eingriffen in die Grundrechte lange Zeit nur wenige kritische Stimmen gab? Der Gesundheitsminister kann zunächst für ein Jahr weitreichende Entscheidungen treffen, ohne das Parlament konsultieren zu müssen. Gerhard Strate ist einer der bekanntesten deutschen Strafverteidiger. Die Eingriffe in die Grundrechte beunruhigen das Mitglied des Verfassungsrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer. Das war damals eine Situation, wo die Wirkungsweise und die Macht dieses Virus noch nicht überschaubar war. Das war natürlich die Stunde der Exekutive. Da will ich gar nicht jetzt irgendwie hineinreden. Nur derartig massive Eingriffe in Grundrechte, die bleiben nur erträglich, wenn sie wirklich auch zeitlich definiert sind, zeitlich begrenzt sind. Wir haben jetzt, einige Monate später, eine Situation, wo wir nach wie vor nicht wissen, wie lange diese Pandemie noch Grundlage für behördliches Eingreifen bleiben wird oder nicht. Das ist eine Situation, die nur noch wenig verständlich und kaum erträglich ist. Der Staatsrechtler befürchtet, dass die Notstandsbefugnisse verlängert werden könnten. Dieser Rechtsstaat lebt von den Grundrechten, die in ihrem Wesensgehalt nicht durch staatliche Anordnung berührt und eingeschränkt werden dürfen. Und wenn wir das hinnehmen, was jetzt im Moment an Einschränkungen stattfindet, hinnehmen auf längere Dauer, dann sind wir mit dem Rechtsstaat wirklich am Ende. Inzwischen haben Gerichte festgestellt, dass Dutzende von Corona-Maßnahmen rechtswidrig sind. Sie streichen oder reduzieren vom Staat verhängte Verbote und Bußgelder. Professor Matthias Schrappe bezweifelt, dass es überhaupt einen ausreichenden medizinischen Anlass gibt, Grundrechte derart einzuschränken. Als der Gesundheitsausschuss Anfang September über ein früheres Ende der Notstandsbefugnisse diskutiert, wird er als Sachverständiger gefragt. Von Covid-19-Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, sterben 6 bis 8 Prozent. Wenn wir aber die ganz normale Lungenentzündung nehmen und davon diejenigen Patienten, die ins Krankenhaus aufgenommen werden, dann sterben davon zwischen 8 und 13 Prozent. Wir können schlichtweg nicht die These vertreten, dass Covid-19 schlimmer als die gemeine stationär behandlungspflichtige Lungenentzündung ist, sondern eher ist sie etwas gutmütiger. Und wenn man sich jetzt die Frage der Grundrechtseinschränkungen ansieht, erscheint mir das nicht als rechtfertigender Grund. Das sehen die meisten Oppositions- und Regierungsvertreter anders. Der Mediziner Karl Lauterbach ist Mitglied im Rechtsausschuss, der die Grundlagen für die Rechteeinschränkung regelmäßig überprüft. Also Rechte müssen in dem Moment zurückgegeben werden, wo die Pandemie vorbei ist oder wo sie so harmlos geworden ist, dass wir nichts mehr zu befürchten haben. Und das werden wir auch tun. Wir prüfen das ja wöchentlich hier. Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, wir sind durch. Wir können zum Beispiel nicht sagen, bisher sind in Deutschland um die 9000 Menschen gestorben. Wir können nicht sagen, ob es nicht zum Schluss doch 30, 40 oder 50.000 sogar sein werden. In Frankreich gingen die Eingriffe in das Privatleben noch weiter. Der Lockdown war einer der striktesten in Europa. Über Wochen durften die meisten Menschen ihr Zuhause nur für eine Stunde täglich verlassen. Kritiker meinen, die Regierung habe erst zu spät und dann zu hart reagiert. Die Ansprache des Präsidenten glich der eines Generals. Wir befinden uns im Krieg. Die Lage in vielen Krankenhäusern war im Frühjahr dramatisch. Es fehlten Personal, Material, Betten und Beatmungsgeräte. Weil Kliniken überlastet waren, wurden viele Corona-Patienten innerhalb des Landes verlegt. 130 Schwererkrankte wurden nach Deutschland transportiert. In Frankreich starben in den letzten vier Jahren durchschnittlich ca. 11500 Menschen pro Woche. Die meisten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. In diesem Jahr starben in Frankreich vor allem im Frühjahr deutlich mehr Menschen als in den Jahren zuvor. Und im Herbst steigen die Todeszahlen wieder an. Das heißt, es wird für 2020 eine Übersterblichkeit geben. An oder mit Covid-19 sind bis Anfang November mehr als 37.400 Menschen gestorben. Knapp sieben Prozent aller Todesfälle. Inzwischen überprüfen Untersuchungsausschüsse das Krisenmanagement der Regierung. Ende September muss sich der Gesundheitsminister im Senat rechtfertigen. Der Allgemeinmediziner und Senator Bernard Jomier ist Berichterstatter im Untersuchungsausschuss. Er meint, die Regierung habe weder ehrlich kommuniziert noch rechtzeitig reagiert. Die verantwortlichen Politiker wussten nicht, wie man eine Epidemie bekämpft. Zwischen Ende Dezember und Anfang Januar, als unser Gesundheitsministerium gerade begriff, dass etwas los ist, dauerte es zu lang, den Staatsapparat, die Beamten und die Institutionen zu aktivieren, um sich auf die Ankunft der Epidemie vorzubereiten. Es dauerte viel zu lang. Das führte zu der Welle im Frühjahr, der tödlichen Welle, die mehr Sterblichkeit verursachte als in anderen Ländern. Selbst in der Regierungspartei bröckelt die Einigkeit. Sie hat nur noch eine knappe Mehrheit in der Nationalversammlung. Martin Vonner hat sich einer anderen Partei angeschlossen und lehnt das Regieren per Verordnung grundsätzlich ab. Die Regierung kann Maßnahmen anordnen, die uns unserer Freiheit berauben, ohne jede parlamentarische Kontrolle. Das bedroht unsere Demokratie, unsere Freiheit und unsere Grundrechte. Wir leben schon nicht mehr in einer Demokratie. Die Demokratie wurde niedergemetzelt. Sie ist ernsthaft erkrankt, an Covid-19. Das war keine gute Entscheidung. Es war die am wenigsten schlechte und wahrscheinlich die einzige Entscheidung, die man treffen konnte. Die Kurven, die uns am 10. März vorlagen, sagten für Frankreich 150.000 Tote voraus, zwischen 150.000 und 180.000. Egal in welchem Land. Der Angst vor den Corona-Toten kann sich seit Monaten niemand entziehen. Mit dem Beginn der Krise beginnt weltweit eine Fixierung auf Infektions- und Todeszahlen. Die Zahl der Corona-Toten insgesamt wird kommende Woche eine Million überschreiten. Der Fokus auf die Fallzahlen kann das Kriterium nicht sein. Das macht statistisch und das sagt Ihnen jeder Statistiker, es macht keinen Sinn. Sie haben keine Referenzgröße und wo es keine Referenzgröße gibt, gibt es keine Relation. Auch führende Epidemiologen und Virologen kritisieren die fehlende Einordnung der Zahlen. Wenn wir nur warnen, haben wir später keinen Mechanismus mehr zu sagen, jetzt wird es wirklich brenzlig. Und daher finde ich auch die Veröffentlichung der Fallzahlen oder der Alarmismus drumherum eben nicht wirklich zielführend, dass wir da einen souveränen Umgang mit der Pandemie erreichen. Die kumulierten Zahlen ergeben ein ständiges Wachstum, weil man ja die neuen Fälle zu den bereits existierenden dazu zählt. Also steigen die Zahlen immer weiter an. Psychologisch gesehen heißt das, man sieht etwas, das ständig ansteigt. Das macht Angst. Obwohl die Zahl der positiv Getesteten stark ansteigt, blieben in deutschen Krankenhäusern bis Ende Oktober viele Intensivbetten leer. In Frankreich stoßen zur gleichen Zeit die Kliniken wieder an ihre Kapazitätsgrenzen. In der letzten Oktoberwoche ordnen beide Regierungen erneut einen Lockdown an, obwohl immer mehr Experten vor den Schäden eines Herunterfahrens des gesellschaftlichen Lebens warnen. John Ioannidis ist einer der weltweit bekanntesten Epidemiologen. Zu Beginn waren die drakonischen Maßnahmen absolut gerechtfertigt. Man ging davon aus, dass das Virus 80 Prozent der Bevölkerung infizieren würde. Unsere Daten zeigten jedoch schnell, dass diese Schätzungen unrealistisch waren. Wir mussten feststellen, dass die Maßnahmen der Gesundheit, der Gesellschaft und der Wirtschaft enormen Schaden zugefügt haben. Die Schäden sind zahlreich. Viele Patienten mit ernsten Erkrankungen bekamen keine oder eine zu späte Behandlung. Denn um die Intensivbetten für Covid-19-Fälle freizuhalten, appellierten die Gesundheitsminister an die Kliniken, verschiebbare Eingriffe auszusetzen. Zehntausende von Operationen und Behandlungen wurden daraufhin abgesagt. Im Caritas-Krankenhaus in Regensburg wollte man diesen Weg nicht gehen und versorgte Schwererkrankte auch weiterhin. Professor Olaf Ortmann warnte schon früh vor einer zu grossen Fixierung auf Corona. Es macht keinen Sinn, das ganze Versorgungssystem so zu gestalten, dass wir nur noch Covid-Patienten behandeln. Sondern wir müssen natürlich den Rest auch im Fokus finden. Wir haben jeden Tag in Deutschland 700 Krebstote. Und darum müssen wir uns kümmern. Und es erkranken jedes Jahr 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Das ist eine gewaltige Gesundheitslast mit einer der größten. Zu den vielen Nichtbehandelten kamen die Patienten, die sich aus Angst vor einer Infektion nicht in die Krankenhäuser trauten. In den Monaten März bis Mai meldeten bundesweit mehr als 1200 Krankenhäuser Kurzarbeit an. Auch die Zahl der Todesfälle ging im Vergleich zum Vorjahr zurück. Jede Woche sterben in Deutschland zwischen 16.000 und 20.000 Menschen. Haupttodesursache, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs. Bis Mitte März starben in diesem Jahr weniger Menschen als in den Jahren zuvor. Durch Corona starben im April für wenige Wochen deutlich mehr, danach wieder weniger. Im August steigt die Kurve an. Das liegt an 19.450 Hitzetoten. Die rote Linie zeigt die in diesem Jahr an oder mit Corona Verstorbenen. Insgesamt sind bis Anfang November an oder mit Covid-19 10.600 Menschen gestorben. Woran die geringe Sterblichkeit in Deutschland liegt, ist umstritten. Einige Experten meinen, es läge am Lockdown. Wenn wir die Regeln nicht gemacht hätten, dann hätte es eine Katastrophe in Europa gegeben. Das ist ganz klar. Das hätte sicherlich bis zu einer halben Million Tote in Europa dann gegeben. Es gibt auch positive Effekte. Während des Lockdowns gab es viel weniger Herzinfarkte, viel weniger Unfälle auf öffentlichen Straßen. Alte Menschen sind viel weniger gestürzt, weil sie zu Hause geblieben sind. Und es gab auch weniger Unfälle bei jungen Menschen, weil sie ja im Lockdown waren. Für Millionen Franzosen, die über Wochen eingeschlossen waren, ist das kein Trost. Untersuchungen des Nationalen Statistikinstituts Anse belegen, die wohlhabendere Bevölkerung litt weniger unter dem Lockdown als Menschen in prekären Arbeits- oder Wohnverhältnissen. So wie Familie Boussard. Sie wohnt mitten in Paris. Zu viert auf 28 Quadratmetern. Meine Frau und ich streiten uns ständig. Wir sind eingeengt wie die Ölsardinen. Ich hätte gern ein normales Leben, nicht für mich, für meine Kinder. Ich bin fast 50, aber meine Kinder haben keine Kindheit. Das ist schlecht. Inzwischen verstehen sie ja alles. Wenn wir uns hinlegen, dann beobachten sie uns. Meftali Boussard ist Metzger. Er hat auch während des Lockdowns gearbeitet. Seine Frau und seine beiden Kinder waren acht Wochen lang in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gefangen. Sie durften nur eine Stunde am Tag raus. Mit zwei Kindern auf 28 Quadratmetern. Manchmal habe ich sie angeschrien, sie traumatisiert. Es war so stressig. Für mich und für sie. Es ist eine Krise, in der die Politik die Schwachen vergaß, meinen viele Experten. Der Lockdown hat die Verletzlichen besonders hart getroffen. Er hat ihre Schwäche verstärkt. Wir wissen jetzt, und das ist tatsächlich auch empirische Daten, dass wir jede Armutsverteilung in der Gesellschaft überall in Europa, in Italien, in Frankreich, in Deutschland schon jetzt verfestigen. Genau das stellen in Frankreich auch viele Hilfsorganisationen fest. Armenspeisung in Pontot Combo im Großraum Paris. Corona traf das Departement besonders hart. Mehr als doppelt so viele Menschen suchen hier, bei einer Tafel, inzwischen Unterstützung. Viele haben ihre Arbeit verloren. Minijobs und Zeitverträge sind weggefallen. Hier kommen Menschen weinend an. Bislang konnten sie sich durchschlagen, aber jetzt sind sie an einem Punkt, an dem das nicht mehr geht. Man muss sich ja ernähren, sich selbst und auch die Familie. Es gibt ja auch Kinder, die hungern. Und deshalb müssen einige Menschen einfach zu uns kommen. Bei der Tafel können sich Hilfsbedürftige zweimal pro Woche kostenlos Lebensmittel abholen. Das ist sehr wichtig für uns. Das hilft meinen Kindern und mir enorm. Ich bin sehr dankbar. All die Ungleichheiten in der Gesellschaft haben sich durch den Lockdown noch verstärkt. Besonders hart trifft es die Frauen, die vorher durch prekäre Arbeitsverträge und mit Nebenjobs überleben konnten. Während des Lockdowns war das nicht mehr möglich. Auch das hat ihre Situation verschlimmert. In Schweden konnten alle weiterarbeiten. Järna. Ein kleiner Ort, 50 Kilometer von Stockholm entfernt. Hier lebt Anna Maria Wiedemann mit ihrer Familie. Vor zwölf Jahren wanderte sie mit ihrem Mann nach Schweden aus. Nun ist sie über diese Entscheidung noch einmal aus einem anderen Grund sehr froh. Auf jeden Fall vorteilhaft, dass ich eben arbeiten konnte und auch mit der Arbeit in Schweden rumreisen durfte. Das war durchaus weiter erlaubt. Und dass die Kinder eben weiter in ihre Aktivitäten durften. Auch die Freizeitbetreuung war ja weiterhin gewährleistet. Das hat wirklich die Frauen, glaube ich, sehr entlastet. Der Umgang Schwedens mit der Corona-Pandemie macht es auch für Kinder leichter. Wir mussten Abstand halten und so, aber wir dürften miteinander spielen und so. Auch wenn ich jetzt denke, dass man dann alleine mit Kindern und vielleicht einem Mann, der dann die Kontrolle verliert oder man selber als Frau dann die Kontrolle verliert, wenn die Enge zu Hause einem irgendwie auf die Nerven geht. Und da, glaube ich, sind viele Schäden hier vermieden worden. Stockholm im August. Die Björn-Gord-Schule war das ganze Frühjahr geöffnet. Nur die Klassen 10 bis 12 wurden digital unterrichtet. Michael Kalmenstam, der Rektor der Schule, musste im Frühjahr fünf Wochen wegen einer Covid-19-Erkrankung zu Hause bleiben. So hart hat es nur ihn an seiner Schule getroffen. Natürlich gab es auch bei uns beunruhigte Eltern, die ihre Kinder lieber zu Hause lassen wollten. Daran mussten wir arbeiten, aber am Ende des Schuljahres waren alle Kinder wieder zurück im Unterricht. So entspannt wie der schwedische Schulleiter können seine Kollegen in Deutschland und Frankreich nicht sein. Immer wieder wird hier diskutiert, die Schulen zu schließen. Die Regeln sind streng, die Verunsicherung ist groß. Auch dort, wo in den Klassenzimmern keine Maskenpflicht gilt, bestehen viele Lehrer und Eltern darauf, dass die Kinder sie weiterhin tragen. Ich finde, man steht auch so ein bisschen unter so einem sozialen Druck, weil ich meine, wenn sie jeder trägt, willst du sie ja nicht abziehen. Ich denke halt, dass dieses Corona-Ding halt zu hart ausgedrückt wird, weil es ist gefährlich, aber halt für diese Opis und Omis. Wenn wir das jetzt als Schüler nicht gesagt hätten, hätte ich die auch so weitergetragen, weil ich es irgendwie Schwachsinn finde, die Maskenpflicht wieder aufzuheben. Weil es hat ja gut funktioniert und dass etwas gut funktioniert, ist ja eigentlich kein Grund, es abzuschaffen. Für die meisten Schulleiter ist das Verhindern einer Infektion oberstes Ziel. Insofern ist für mich jeder Einzelne ein Mensch, der im Zweifelsfalle eine Krankheit weitergeben kann. Und das ist die einzige Überlegung und Tatsache, die mich leitet. Eine Bürde, mit der auch Sechsklässler umgehen müssen. Die Person, die ich lieb habe, die möchte ich vor allem auch schützen. Manche Kinder hatten halt auch sehr viel Sorge, dass ihre Großeltern zum Beispiel, und dann wollte ich jetzt auch nicht, dass ich jetzt wegen mir jetzt andere Leute sterben oder sowas. Kinder unter Generalverdacht, den Tod anderer zu verschulden? Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte weist darauf hin, dass von Kindern nur selten Infektionen ausgehen. Die Ärztinnen Nicola Fels und Karin Michael gehen weiter. Sie haben ein alternatives Konzept für Schulen entwickelt und fordern, dass nur die Masken tragen, die besonders geschützt werden müssen. Viele Kinder könnten die bedrohlichen Aussagen kaum verarbeiten. Du bist latent zu jeder Zeit für jeden gefährlich. Diese Last, die ist an der Stelle Kindern wirklich auf Kosten von schweren psychischen Problemen aufgelastet worden. Man müsste sich das mal überlegen, das ist unsere Zukunft. Also wie gehen die jetzt ins Leben? Wie werden die ins Leben begleitet? Mit diesem Gefühl, ich könnte dafür verantwortlich sein, dass jemand anders schwerst erkrankt oder sogar stirbt. Das geht nicht. Das Institut für Virologie und HIV-Forschung der Universität Bonn. Hendrik Streeck hat eine der ersten deutschen Studien zu Corona gemacht und setzte sich früh dafür ein, die strengen Maßnahmen zu überdenken. Auch die für Kinder. Schüler oder Schulen wurden noch nie als ein Superspreading-Event weltweit beschrieben. So dass man relativ gut sagen kann, dass Schulen nicht dazu beitragen zum Infektionsgeschehen. Bei über 30 Millionen Infizierten weltweit hätte man solche Phänomene schon beschrieben. Diese Erkenntnisse führen bislang in Politik und Schule zu kaum einem Umdenken. Es bleibt die große Verunsicherung. Wir können unsere Freunde nicht umarmen oder wenn wir essen nicht in der Nähe sein oder so. Ja, und das finde ich nicht schön. Gestern in der Deutschstunde, da haben wir geschafft, alle zu überreden, dass die alle ihren Masken anziehen. Und ja, das war halt auch schon ein schönes Gefühl. Weil wenn alle so die Maske runter haben, dann hat man halt schon ein unwohles Gefühl. Corona ist viel mehr als ein Virus, das Risikogruppen betrifft. Es verändert unser Miteinander. Selbst auf dem Schulhof und im Klassenzimmer. Schulärzte fürchten, dass wir Kinder jetzt das Falsche lehren. Tiefes Misstrauen und Argwohnen und den anderen verpfeifen, wenn er irgendwas nicht korrekt macht. Das lebt massiv. Das habe ich in einer Situation erlebt, dass man dann im Zweifelsfall ohne Namensnennung, man dürfe irgendwo dem Lehrer einen Zettel hin tun und sagen, wer sich nicht ordentlich verhält. Das sind auch soziale Methoden, die da in Kindern angelegt werden, des Misstrauens und der Denunziation, die man eigentlich gesellschaftlich in unserer Gesellschaft auch niemals sich hätte vorstellen können, dass die wieder auftauchen. Auch beim Ordnungsamt in Köln berichten Mitarbeiter von einem Wandel in der Gesellschaft. Während des ersten Lockdowns gingen hier täglich 200 sogenannte Bürgerhinweise auf Fehlverhalten ein. Hinweise? Oder werden Mitmenschen denunziert? Während für viele Sicherheit an erster Stelle steht, verlangen andere ihre Freiheit zurück. Die Mitarbeiter vom Ordnungsamt erleben diesen Konflikt täglich. Die Beleidigungen sind an der Tagesordnung, das muss man einfach immer so hart sagen. Und dieser Ton ist, glaube ich, schärfer, weil es auch ein bewusster Punkt von Angst ist. Also ich glaube, dass die Leute einfach eh gereizt sind. Seit Inkrafttreten der epidemischen Notstandslage kontrolliert der Ordnungsdienst auch die Hygiene- und Abstandsregeln. Über einen Imbiss gab es eine Beschwerde, die Vorschriften seien verletzt worden. Kommt der Betreiber den Anordnungen nicht nach, drohen mehrere tausend Euro Bußgeld. Im schlimmsten Fall wird der Laden geschlossen. Der Imbissbesitzer hatte die Listen, in die sich die Gäste eintragen, nicht richtig geführt und wird verwarnt. Für manche Gäste sind die Kontrollen nicht nachvollziehbar. Wir haben nur gegessen und waren jetzt sehr irritiert eigentlich über den Auftritt vom Ordnungsamt. Die Angst, die ich habe, die ist inzwischen nicht mehr vor Corona, sondern vor den Maßnahmen. Die Mitarbeiter vom Ordnungsamt wiederum haben kein Verständnis für fehlende Gästedaten oder Desinfektionsmittel. Da spaltet sich im Moment die Gesellschaft. Das ist alles übertrieben. Ich möchte meine Daten nicht ausgeben. Ja gut, dann muss man halt abwägen, ob man dann irgendwo draußen essen. Das sind nun mal die gesetzlichen Regeln im Moment. Wir haben auch den Auftrag, den Schutz der Allgemeinheit. Die Allgemeinheit schützen? Auf Kosten der individuellen Freiheit? Ein Zwiespalt, der nicht ohne Folgen bleibt, fürchten Politikwissenschaftler und Juristen. Die Blockwarte und Denizianten werden wieder aufgerufen, aktiv zu werden. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das Spaltungspotenzial für die Gesellschaft enorm ist. Und die Frage ist damit gestellt, was passiert nach dem Rauskommen, wenn wir dann sozusagen über Monate auseinandergetrieben worden sind. Es ist ein Riss, der durch die Gesellschaft geht. Und er wird größer. Vielen gehen die Corona-Maßnahmen zu weit. In Deutschland demonstrieren immer wieder Tausende. Schon im Frühjahr, kurz nach Ende des Lockdowns, kamen in Stuttgart mehrere tausend Menschen zusammen. Es geht um unsere Freiheit, um unsere Meinungsfreiheit und ja, um die zu bewahren. Ich finde gerade wird der Pluralismus, der in der Demokratie ja das Wichtigste ist, sehr, sehr vernachlässigt. Ende August. Eine der umstrittensten Demos des Jahres in Berlin. Erst verboten und dann vom Gericht erlaubt. Politiker und Journalisten nennen die Teilnehmer rechtsradikal oder Corona-Leugner. In der Tat sind unter den Massen auch Rechtsextreme, die Reichskriegsflaggen schwenken. Sie sind in der Minderheit. In dem Fall besteht eine Neigung, dass wir Menschen, die nicht rechtsradikal sind, die nicht verrückt sind und so weiter, zu Dissidenten auf einmal machen. Viele Menschen heute, mit denen ich rede, völlig vernünftige Menschen, haben das Gefühl, dass es gefährlich geworden ist, eine Meinung über die Pandemiebekämpfung zu haben, die abweicht von der herrschenden Meinung. Der schiere Umstand, dass das Gefühl da ist, ist meines Erachtens ein dringender Handlungsgrund für die Politik, anders zu kommunizieren. Laut offiziellen Schätzungen nehmen knapp 40.000 Menschen teil. Die Veranstalter gehen von deutlich mehr aus. In Umfragen geben drei Viertel der Bevölkerung an, kein Verständnis für die Demonstranten zu haben. Im Gegenteil. Die Kritik an den Maßnahmen können viele nicht verstehen. Ich finde es prima, dass wir so gute Zahlen haben. Und ich hätte nie gedacht, dass die Kanzlerin bereit ist, wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen. Das finde ich gut, dass das so ist hier. Wir wollen ja auch gesund bleiben. Sicherheit, denke ich, geht immer vor. Und an so Systeme sollte man sich schon ein bisschen halten. Darf man deswegen die Maßnahme nicht hinterfragen? Einige Politiker und Journalisten scheinen das zu erwarten. Manche bezeichnen Menschen, die gegen die Corona-Regeln demonstrieren, sogar als Covidioten. Wenn ich die Person diffamiere und sage, du bist ein Covidiot, dann habe ich schon ein Ausschlusskriterium. Das heißt, ich muss dein Argument nicht ernst nehmen. Und das ist das Verfängliche heute in der Diskussion, dass sich eine geschlossene Meinungsdecke im Grunde selbstgerecht dazu entschließt, bestimmte Argumente nicht einmal ernst nehmen zu müssen, weil sie aus dem oder dem Mund kommen. Kritiker haben es in Corona-Zeiten schwer. Auch in Schweden. Dort sind jedoch die in der Minderheit, die stärkere Einschränkungen fordern. Ähnlich wie in Deutschland gibt es anfangs nur wenige kritische Stimmen. Es gab diese Tendenz, wir nennen das Bürgerfrieden. Man rückt näher, stellt seine Kritik zurück. Das war auch hier so. Die Oppositionsparteien haben sich die ersten zwei, drei Monate nicht kritisch geäußert. Das Karolinska-Institut in Stockholm. Hier forscht die Gesundheitswissenschaftlerin Claudia Hansson in den Bereichen Frauengesundheit und Infektionskrankheiten. Gemeinsam mit 21 anderen Wissenschaftlern forderte sie, die schwedische Regierung im April dazu auf, ihren Kurs zu ändern. Einer ihrer Hauptkritikpunkte, der unzureichende Schutz der Alten. Inzwischen will sich kaum einer von Claudia Hanssons Mitstreitern mehr öffentlich äußern. Dass ich das jetzt mache, ist ein Riesenwagnis, mit ihnen hier zu sitzen. Also was das hinterher nochmal für mich heißt, weiß ich noch nicht. Covid ist ein weißer Elefant, der im Raum steht und wir können nicht diskutieren. Ja, also da fängt es schon mal an. Und es war ja von Anfang an so, dass es diejenigen Leute gibt, die sozusagen auf der einen oder auf der anderen Seite, diese kleine Gruppe, die im Prinzip auf der anderen Seite stand. Und es war ganz schwierig, auch zu diskutieren und auseinanderzutüfteln, wo ist im Prinzip Übereinstimmung und wo nicht. Es war im Prinzip ein komplettes Gegeneinander. Und wo ich denke, kann man nicht mal einfach reden, kann man nicht mal einfach debattieren. Sich kontrovers auseinandersetzen, streiten, Kompromisse schließen. Selbstverständliches geht in der Krise verloren. Unsere Gesellschaften teilen sich in zwei unversöhnliche Lager. In das der Kritiker und das der Befürworter der Massnahmen. Für viele Menschen geht es zudem auch um ihre wirtschaftliche Existenz. So wie für David Erler. Demonstrationen sind für ihn zurzeit die einzige Möglichkeit, sich Gehör zu verschaffen. Er ist klassischer Sänger, nun aber stummer Künstler, weil Singen ein zu großes Risiko sein soll. Ich glaube, das für mich bedrückendste war, dass es irgendwie eine Zeit gab, in der Singen so der gefährlichste Beruf war, den man so haben konnte. Das hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich, also einfach weil ich singe, plötzlich Gefährder bin und mir deswegen irgendwie alles untersagt wird. Dieses Mal hat sich in Berlin die Veranstaltungswirtschaft zusammengetan, um auf ihre Not aufmerksam zu machen. Mehr als eine Million Menschen sind praktisch von einem Berufsverbot betroffen. Viele empören die Widersprüche. Auf 10 Quadratmeter durften bis vor kurzem noch ein Mensch im Theatersaal sitzen, auf 10 Quadratmeter ein Mensch und den Billigflieger zum Ballermann auf 0,5 Quadratmeter. Das ist der Faktor 20 der Ungerechtigkeit, wenn man so möchte. Dass jetzt die Bordelle in NRW zum Beispiel und auch in Sachsen-Anhalt, glaube ich, und in anderen Bundesländern wieder öffnen dürfen und auch ihre Dienste wieder anbieten dürfen. Aber nach wie vor extreme Einschränkungen in Bezug auf Großveranstaltungen, auf Theater, auf Konzerte und sowas bestehen. Ja, das ist eigentlich nur ein weiterer Schlag ins Gesicht für die gesamte Branche und Szene. Für die Branche besteht wenig Hoffnung, dass sich ihre Lage in absehbarer Zeit verbessert. Ein Großteil der Selbstständigen wird über kurz oder lang in der Arbeitslosigkeit landen. Experten erwarten, dass die gesamte deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um mindestens 5,4 Prozent einbricht. In Frankreich sieht es noch bedrückender aus. Die Wirtschaftsleistung wird wohl um 9,5 Prozent oder mehr zurückgehen. Das neunte Arrondissement in Paris. Hier leitet Christophe Sialdela ein Luxushotel. Seit März steht das komplette Gebäude leer. Zusammen mit seiner Hausdame inspiziert der Hotelmanager die verwaisten Räume. Ich bin schockiert. Paris ist heute eine Katastrophenstadt. Ich glaube, unsere Politik versteht die Dimension nicht. Das Hotel gehört einer Kette aus Singapur. Noch kompensiert das Mutterhaus den finanziellen Schaden. Die 200 Mitarbeiter befinden sich zudem in Kurzarbeit. Doch der Hotelier sorgt sich, dass er viele Angestellte bald entlassen muss. Unsere Demokratie befindet sich in einer Krise. Man nimmt uns die Freiheit. Das darf man durchaus hinterfragen. Über Nacht, ohne Rücksprache, begründet mit den immer gleichen Sätzen. Die Experten sagen dies, die Experten sagen das. Die Wirtschaftskrise wird im Winter 2020 immer mehr Menschen treffen. Wie viel Arbeitslosigkeit, wie viele Insolvenzen und Freiheitsbeschränkungen kann eine Gesellschaft tragen? Wenn der Preis deutlicher wird, im Verlauf der Krise dürfte der Preis immer deutlicher werden, dann habe ich große Sorge dafür, dass der Preis sehr hoch ist. Aber ich habe fast noch mehr Sorge dafür, dass wir uns dann entsolidarisieren. Wenn ich bestimmten Bedingungen so weit entgegenkomme, dass ich die Freiheiten dann nicht einschränke, dann geht das zulasten der Freiheit anderer. Daher ist die demokratische Einschränkung von Freiheiten in Pandemiezeiten ein Instrument, möglichst viele Freiheiten, die man noch hat, zu schützen. Ich schütze damit die Freiheit der gesamten Gesellschaft so gut wie ich kann. Der Preis dieses Schutzes kann für den Einzelnen allerdings sehr hoch sein. Das Caritas Seniorenhaus in Arnsberg. 90 alte Menschen leben hier. Bislang wurde zwar kein Bewohner positiv getestet, doch viele waren in der letzten Zeit sehr einsam. So wie Ingeborg Feldmann. Ihre Tochter durfte die 88-Jährige über Wochen nur aus der Distanz sehen. Am Ende des Lebens, was ist da wichtiger? Sich geborgen zu fühlen und mit der Familie Kontakt haben zu können? Oder halt eben hundertprozentig davor geschützt zu sein, nicht an diesem Virus zu erkranken? Erst nach acht Wochen wurde das Besuchsverbot gelockert. Gabi Droste-Jerpes darf ihre Mutter wieder im Altenheim besuchen, aber noch immer nicht so lange, wie beide möchten. Die Besuchszeit ist auf 30 Minuten begrenzt. Der Gedanke, dass meine Mutter jetzt sterben konnte und ich habe sie vorher nicht mehr gedrückt, das fände ich schon ganz schlimm. Und das könnte ja theoretisch jeden Tag passieren in dem Alter, das weiß man ja nicht. Das ist doch schön, guck mal da. Jetzt müssen wir aufhören. Halt dich mal fest. Eine kurze Umarmung mit Erlaubnis. Außer bei diesen Besuchen muss Ingeborg Feldmann sich auf der Station aufhalten und darf das Heim nicht verlassen. Ich sage immer, wir sind eingesperrt. Man ist ja kein direkt freier Mensch. Dass man mal sagen kann, so jetzt gehst du mal dahin, gehst du mal ein paar Schritte die Straße rauf, das darf man ja alles gar nicht. Mehr als ein Drittel aller Covid-19-Toten waren bisher Menschen aus Pflegeheimen. Für den Gesundheitsexperten Matthias Schrappe liegt die Lösung dennoch nicht in dem Wegschließen alter Menschen. Warum versuchen wir nicht, unter Testbegleitung hier gezielte Hilfsangebote zu machen? Das wäre wünschenswert. Das hat mit Wegschmerren nicht zu tun, sondern das hat mit Fürsorge was zu tun. Warum stellt man nicht für ein altes Heim einen Wagen mit Test-Equipment? Die Enkelkinder, die am nächsten Tag die Großeltern besuchen wollen, machen da abends ihren Test und kriegen morgens eine SMS negativ und haben dann den ganzen Tag bei ihren Großeltern frei. Das verfordert natürlich gesellschaftliche, innovative Energie und Offenheit, aber es ist ja nicht menschenunmöglich im Vergleich zu dem, was wir sonst alles machen. Barbo Westerholm ist Schwedens älteste Parlamentarierin. Die 87-Jährige meint, dass sich der Umgang mit alten Menschen generell ändern müsse. Man dürfe sie nicht einfach wegsperren oder ihnen sagen, dass sie zu Hause bleiben sollten. Es hat sich so angefühlt. Ihr seid alle Rentner, ihr werdet nicht gebraucht. Ihr könnt genauso gut zu Hause bleiben, so verbreitet ihr nichts und blockiert nicht die Gesundheitsversorgung. Die WHO hat festgestellt, dass Wohlstandsländer gegenüber alten Menschen voreingenommen sind. Es gibt die, die man in der Arbeitswelt braucht und die, die man nicht braucht, weil sie eben Rentner sind. Ein Lockdown hätte aus Sicht von Barbo Westerholm den Tod der vielen Alten nicht verhindert. Die Ursache seien vielmehr die schlechten Bedingungen in den Pflegeeinrichtungen. Eine kleine Gruppe schwedischer Wissenschaftler geht in der Kritik weiter. Schweden hat gesagt, wir machen keinen Lockdown, hat aber damit riskiert, weil sie auch wussten, dass sie ihre Altersheime ja im Prinzip nicht auf Vordermann gebracht hatten, weil dazu hätten sie ein paar Jahre gebraucht. Sie haben keine Schutzmaterialien gehabt und sie hatten das Testen nicht laufen. Das heißt, sie konnten auch die Epidemie nicht kontrollieren, sie wussten nicht, wo sie rumläuft. Das heißt, die Bevölkerung hat hier akzeptiert, dass ihre Eltern sterben. Staatsepidemiologe Anders Tegnell räumt ein, dass es ein Fehler war, die Alten nicht besser geschützt zu haben. Ein Lockdown hätte daran aber nichts geändert. Viele Länder mit einem strikten Lockdown wie England oder die Niederlande hatten große Probleme in den Pflegeeinrichtungen. Ein Lockdown kann den Teil der Bevölkerung nicht gut schützen. Mit dem Krisenmanagement von Anders Tegnell ist die Mehrheit der Schweden nach wie vor zufrieden, trotz der vielen Verstorbenen. Steht in Schweden die Freiheit aller über dem Schutz des Einzelnen? Ist sie wichtiger als die Sicherheit? Bürger sind keine kleinen Kinder, die man wie Babys in einer Kita hüten muss. Sie sind erwachsen. Es geht uns alle an. Wir sind alle verantwortlich. Das ist sehr wichtig für die Nachhaltigkeit. Das war ein weiterer Aspekt, der in Schweden beachtet wurde. Wenn sie den Bürgern einen kleinen Vertrauensvorschuss geben, haben sie auf lange Sicht mehr Erfolg. Für die meisten Schweden hat der Weg der Freiheit offensichtlich gut funktioniert. Die Wirtschaft wurde weniger hart getroffen als im restlichen Europa. Die Regierung rechnet mit einem Einbruch von 4,6 Prozent. Nach langem Stillstand steigt seit Ende Oktober die Zahl der positiv Getesteten wieder stark an. Die Schweden bleiben aber auch jetzt bei ihrer Linie. Und selbst wenn die Regierung ihren Kurs in Zukunft ändern sollte, nehmen das viele Schweden nicht als Gesichtsverlust oder Scheitern wahr. Eine Politik muss bereit sein zu revidieren und auch wieder zurückgehen oder im Extrem in die andere Richtung gehen, wenn es neue Fakten gibt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Eine Politik, die stur bei ihrem Weg bleibt, das kann gefährlich sein. Wie bleiben wir ein Sozial- und ein Rechtsstaat, der diesen Namen verdient, in einem System der Notstandsgesetze? Das ist die große Lektion. Was jetzt fehlt, ist eine Kommunikation darüber erstens, wie die Mechanismen sind und insbesondere ein geradezu täglicher oder wöchentlicher Hinweis darauf, dass das Ziel aller Maßnahmen, die Beendigung aller Maßnahmen ist. Das habe ich noch nicht gehört. Anfang November reagieren die deutsche und die französische Regierung auf den Anstieg der Infektionszahlen mit schärferen Verboten und einer Reduktion der Freiheit. Anders Schweden. Es verschärft auch die Maßnahmen, bleibt aber beim Prinzip der Freiwilligkeit und vertraut der Bevölkerung. Der nachhaltigere Weg. Je weniger Eigenverantwortung der Staat seinen Bürgern zutraut, umso lauter dürfte der Widerspruch werden. Der nachhaltigere Weg.